Jeder unterhalb dieser Linie wird gegen Süden evakuiert werden müssen. Jeder oberhalb dieser Linie ist bereits tot. Die Menschen in den mittleren Staaten wie wir müssen es überstehen. Die Staaten im milden Südwesten haben vielleicht eine Chance. New York wird Sturmfluten abbekommen, die den gesamten Nordosten verschlingen werden. Was ist Frank? Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße!